Und meine Nummer ist Gottschick. Das ist die alteste Nummer aus Peterstorf, 1362. Bei Ost im Peterstorf, Paterstorf, wir lohen an Budaktal. Budaktal ist südlich von Bistritz. Dort sind wir an die Schule gegangen, beste Vorklassen, Deutsch. Und noch an die Bleischule, beste sieben Klassen. Die Schule habe ich dann an der Berufsschule, Ackerbauschule. Das ist ein Bistritz. Dort bin ich drei Jahre gelegt. Und danach bin ich beim IKAR an der Warte gekommen. Dort bin ich auch schon gewartet. Und danach bin ich auf die Hochschule gekommen. In Klausenburg. Dort bin ich vier Jahre studiert. Und danach bin ich fertig. Und ich bin in der Landwirtschaftsgenossenschaft. Und Schiautz. Dort bin ich zwei Jahre geworden. Und von dort bin ich, sah ich ein Selk, drei Jahre geworden. Selk ist, äh, ist Scheike. Von dort sah ich ein, äh, Blasendorf. Und ich fühl dort 50 Jahre geworden. Als Ingenieur. Soviel, ne?